Herzlich willkommen bei Was würdest du wählen? Viel Spaß mit dem Video! Was würdest du wählen? Ein Gaming Room oder ein Heimkino? Was würdest du wählen? Ein Ferrari oder ein Lamborghini? Was würdest du wählen? Ein berühmtes Gemälde kaufen oder ein Oldtimer-Auto kaufen? Was würdest du wählen? 110.000 Euro pro Monat verdienen oder eine Million Euro gewinnen? Was würdest du wählen? Unbegrenzt Oreos erhalten oder unbegrenzt KitKat erhalten? Was würdest du wählen? Im Weltraum reisen oder unter Wasser reisen? Was würdest du wählen? Eine Yacht besitzen oder ein seltenes Holzboot besitzen? Was würdest du wählen? In den Bahamas leben oder in Europa leben? Was würdest du wählen? BMW oder Audi? Was würdest du wählen? Eine private Insel besitzen oder ein Weingut in der Toskana? Was würdest du wählen? Den teuersten Burger essen oder das teuerste Dessert essen? Was würdest du wählen? Einen Club besitzen oder eine Schule besitzen? Was würdest du wählen? Was würdest du wählen? Eine Diamantenhalskette oder Diamantohrringe? Was würdest du wählen? Was würdest du wählen? Tesla oder Bugatti? Was würdest du wählen? Eine krasse Autosammlung oder eine Uhrensammlung vom Feinsten? Was würdest du wählen? Was würdest du wählen? Im Luxusschneehotel übernachten oder im Luxusbaumhaus übernachten? Was würdest du wählen? Was würdest du wählen? Besitze einen privaten Salon oder einen privaten Spa? Was würdest du wählen? Was würdest du wählen? Bentley oder Rolls-Royce? Was würdest du wählen? Ein Pool besitzen oder ein eigenes Fitnessstudio?